S4HANA Transition treibt ja momentan viele Unternehmen um. Wir sind heute noch in der SAP-ECC-Welt, aber S4HANA steht vor der Tür. Wir bieten ja seitens Orbis ein Orbis-Mart-Move an. Wie können wir da Kunden konkret unterstützen und welche Hilfe bieten wir da an? Also erstmal ist unser Sweet-Spot natürlich die Fertigungsindustrie. Wir haben ganz klaren Fokus im Bereich Mittelstand, Fertigungsindustrie und dort machen wir eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage mit Analyse-Tools und dann entscheiden wir mit dem Kunden gemeinsam, machen wir ein Brownfield, ist ein Greenfield gewünscht oder sogar notwendig oder machen wir so einen selektiven Ansatz, das heißt Orbis-Smart-Move, powered by S&P Bluefield. Das heißt gemeinsam mit unseren Partnern eruieren wir mit dem Kunden gemeinsam, was ist da der beste Weg, wo sind die großen Kons und was sind auch die technischen Restriktionen, die wir da haben? Genau und ganz wichtig, je nach Kundenwunsch machen wir das technikfokussiert, das heißt wir machen erstmal eine technische Migration und die Innovationen nachgelagert oder wir sagen ausgewählte Innovationen, Beispiel Fiori, Möchte ein S4HANA Migrationskunde direkt, wenn er auf S4HANA ist, auch Fiori nutzen oder nicht? Da gibt es beide Beispiele. Verstanden, das heißt erstmal das Zwingende, das Wichtige, dass das Tagesgeschäft weiter läuft, einmal da die Conversion, aber auch gepaart mit ausgewählten Innovationen und dann in Wellen weiter einführen, in Wellen weiter Innovationen konsumieren. Hin zum intelligenten Unternehmen, schlussendlich. Das bietet der Orbis-Smart-Move. Vielen Dank.